Ich habe ja so eine Stiftung gegründet auf dem Land, dieses Stück Land, was ich gekauft habe. Die Stiftung für? Die heißt Wunderblock und die soll sich der Forschung des gemalten Bildes widmen. In jedweder Form, also es können Leute sein, die schreiben, die Filme machen, die selber malen, die Forschung dazu machen, so eine Art Research Center soll das werden. Das ist aber ganz am Anfang, mit so drei ganz großen Scheunen, die wie Ateliers sein können und dann Ställe, die man umbauen kann, um drin zu wohnen und auch zu arbeiten. Wir sind ja jetzt ganz so in den Kinderstuhlen und versuchen jetzt auch zu gucken, wie es sich entwickeln kann aus einer gewissen Dynamik heraus. Und letzte Woche war der Piet Udolf da, den kennst du ja sicher. Der macht dort die erste künstlerische Arbeit, würde ich sagen. Der macht dort ein Hortus Conclusus aus einem Gebäude, wo wir das Dach abreißen mussten, macht er da eine, glaube ich, ganz tolle Sache. Und dann wird das aber nach draußen wachsen. Wir haben überlegt und beraten, wie kann man das Land auch sich selbst überlassen, welche Stellen bepflanzt man mit Bäumen, welche lässt man einfach. Können wir mit Setzlingen arbeiten, die da schon sowieso zuhauf zu finden sind und so weiter. Und ich habe immer unheimlich profitiert von den Nachlässen anderer Künstlerinnen und Künstler, also Schmidt-Rottloff oder Fred Thieler-Preis oder Villa Romana oder auch die Warhol Foundation hatte ich ein Stipendium für die Headlands in San Francisco. Und das ist eben für mich total toll gewesen, in anderen Ländern mal für drei Monate in einem Atelier zu sein. Jetzt gibst du ein Stück zurück. Ja, oder ich habe ja auch keine Familie und ich möchte auch gern, dass es weitergeht und ich denke auch, dass interessant ist, solche Stücke Land wieder zu recyceln, denn diese Scheunen sind ganz toll. Da brauchst du fast nichts mehr machen. Manche muss mal Winterfest machen, aber andere sind vielleicht nur Sommerateliers. Ja, ich finde eben das mit dem Kooperieren auch ganz toll. Also ich würde mich sehr darüber freuen, es gibt ja manchmal kleinere Stiftungen, die wissen nicht, wo tun wir denn heute diese 5000 Euro hin, wissen wir nicht. Dass wir nicht anfangen müssen, irgendwelche Preise auszuschreiben, sondern dass wir, oder da kommt eine tolle Schriftstellerin, die du kennst, könnte man mit denen zusammen vielleicht Verbindungen herstellen oder so. Und das sind eben auch ganz, ganz wichtige Sachen. Also es geht nicht nur darum, dass man sich finanziell stützt, sondern dass wir auch uns leisten können, an Dingen ganz spezifisch zu arbeiten, wo dann auch die Kulturpolitik nicht hinkommen kann auch, weil es zu informiert ist in gewisser Weise auch. Ja, wir haben das ja in Neuseeland, sind wir ja alle autark. Das geht ja gar nicht anders. Also ich habe auch eine Solaranlage und fange Wasser auf und habe einen septischen Tank und ich bin total ausgestattet mit dem technisch. Und das Interessante war, mein Haus ist ja das Neueste und die Häuser, die dort ganz am Anfang gebaut worden sind, die sind so ungefähr jetzt 30, 40 Jahre alt und die sind natürlich von der Technik und so ganz auf einem anderen Stand. Und das ist richtig interessant gewesen, was das auslöst, wenn jemand mit so einem anderen Anspruch da plötzlich was macht. Und jetzt bauen alle um und das war wirklich ganz toll. Ich habe aber leider eben die Arbeit verpasst von Christo. Also ich glaube, es ist die beste Arbeit, die er gemacht hat. Wie sie da steht, ja, auch das Tor, also nicht nur der Akte Triumph ist auch das Tor, die Türe, die Schwelle, ist so viel in dem Gebäude drin. Mitten in der Stadt, zugänglich durch Autos, zu Fuß, alles. Also ich fand auch den Reichstag schon sehr toll. Aber der Reichstag ist natürlich schon auch sehr spezifisch. Es ist ein spezifisches Gebäude, das kannst du gar nicht mehr erkennen, wenn es verpackt ist. Und das fand ich so gut hier, dass es verpackt ist und gleichzeitig sei der Identität behält. Also ganz großartig. Eine Freundin meines Bruders, die schrieb uns, die lebt in Paris, sagte, oh wie praktisch, jetzt hat man ihn verpackt, damit man ihn gleich weiterschicken kann nach Doha. Das finde ich aber auch gut. Irgendwie toller Humor, finde ich. Ja, und du machst was in Paris? Bei Louis Vuitton in dem Gebäude von Guerre, im Bois de Boulogne, mache ich eine Arbeit für eine Ausstellung, die heißt La Couleur en Füge. Und ich mache da eine Arbeit für eine Galerie, für einen Raum und auch noch entwickle ich gerade eine Arbeit für diesen Freiraum, der in der Mitte von dem Gebäude ist. Ich arbeite gerade an zwei Entwürfen und die müssen aber, die brauchen eine Struktur, die man bauen muss und die wird gerade errechnet von einem Ingenieur oder jemand, der es dann macht. Und dann male ich drüber und benutze es als Stück zwischen der Malerei und der Architektur, wie so eine Art Brücke. Das ist meine Arbeit gerade. Da kommen wir hin, auf jeden Fall. Ich habe schon ein Zimmer in Venedig. Ja, das ist ja bei Louis Vuitton Paris, aber ja, für Venedig mache ich auch eine Arbeit für Louis Vuitton als kollaterales Projekt für die Viennale, aber das haben wir auch noch nicht durchgewunken. Also arbeite ich gerade an dem Entwurf. Da möchte ich gerne so dieses Mesh benutzen, was die Daniela gezeigt hat. Das ist eigentlich ein Teststück, dieses Stück von der Daniela. Und ich arbeite gerade an so einer etwas größeren Form für einen ganz kleinen Raum, der oben ist, im obersten Stockwerk von einem Gebäude, ganz in der Nähe von Markusplatz. Da kann man eigentlich ganz, wenn man gerade da aufs Vaporetto geht, kann man kurz in der Seitengasse hoch und sich anschauen. Da freuen wir uns drauf. Alle haben ja die Bilder gesehen von den Menschen leeren Venedig. Wie sie wussten wir mal. Ich war jetzt gerade noch da, also es war schon leer. Also nicht so leer, nicht leer leer, aber ich bin ganz spät abends auch gekommen, da war es richtig leer. Also ich war, glaube ich, um elf, bin ich nachts angekommen. Was schön ist in Venedig nachts mit dem Boot. Das ist das Beste. Ist ja auch jetzt keine Touri-Zeit. Und es war sehr schönes Wetter, so Wintersonne, so ganz helles, aber sehr kaltes Licht. Also hat mir total gefallen wieder. Aber ich finde Venedig immer toll, ist immer so überraschend. Und du hattest doch eigentlich, trotz wegen Corona, eigentlich das letzte Jahr mit dem Hamburger Bahnhof, war doch eigentlich dein erfolgreichstes Jahr, oder? Also das war auf jeden Fall ein großes Projekt in der Art, die ich noch nie gemacht habe. Also das war schon ganz toll, auch für die eigene Arbeit, die mit neuen Informationen zu bestücken, war das super. Und auch hier so vor der Haustür so eine Arbeit zu machen, ist ja auch manchmal nicht so leicht. Aber es war ganz toll. Und Corona hat uns geholfen. Wir hatten viel mehr Aufbauzeit. Und das ist ja wie ein Atelier. Du kannst ja hier vorbeifahren und direkt eben kurz ab. Wie viele Monate ist das verschoben? Ich weiß nicht mehr. Ja? Nee, nee, nee. Wir haben ja eben nicht verschoben wegen Corona. Wir haben einfach weitergearbeitet im Lockdown. Genau. Wir konnten nicht auföffnen. Ja, genau. Also alle haben ja ihre Projekte eigentlich verschoben und ich habe das nicht gemacht, sodass ich eben fertig bin, wenn alles wieder aufgeht. So hatten wir eben eine ganz neue Arbeit. Ja, das war super. Wow. Und das ist ja auch ideal, ne? Das ist ja für Besucherbeschränkungen mit dem Außenbereich. Und diese große Halle, da können ja tausend Leute rein am Tag, ne? Das ist ja nicht so restriktet. Also das haben dann doch schon sehr, sehr viele Leute gesehen, aber natürlich Leute, nicht aus dem Ausland, ne? Ganz wenig Ausland. Ja, also ein Bereich, der ganz neu für mich war, da war, dass ich die Bodenarbeit, da hatte ich ja sehr viel Zeit, um innen drin zu malen. Die ist unheimlich komplex geworden. Sonst können Installationen nicht so verdichtet übermalt werden, weil die Zeit auch oft nicht reicht. Und das war ein Vorteil für die Arbeit, weil dann draußen konnte ich wieder ganz weit und offen und auseinandergedehnt malen und auch plakativer und vereinfachter sein. Weil so viel Struktur draußen ist. Aber drinnen war die Struktur ja unheimlich spezifisch auf das Objekt hin bezogen. Und dann hat diese Bodenarbeit mich unheimlich dazu angeregt, auch nochmal anders über Farbe nachzudenken. Und ich habe dann danach unheimlich viel auf dem Boden gemalt an Bildern, die dann eben so verstauen, wo so dreckige Zonen entstehen durch das Überspringen. Wenn man so auf dem Boden ist, dann gibt es irgendwie so eine ganz brillante Stelle. Aber weit weg von einem wird es undeutlich, wird es nicht mehr fokussiert, wird es unscharf. Und auch das Grau oder die Schmutztöne sind dann zwar sehr farbig, aber sind nicht mehr eindeutig. Und das habe ich dann noch verstärkt und ich bin dann ja auch irgendwann nach Nordseeland gefahren und habe da eine neue Gruppe von Arbeiten gemalt. Die ich jetzt gerade im September bei Los Angeles bei Gegrösschen gezeigt habe. Das waren eigentlich so die neuesten Arbeiten da. Und was sind die neuen Arbeiten, du kannst das beschreiben? Ja, wo eben Farbe so ein Wandel erfährt, also so von dieser Schärfe und auch Artifizialität in so ein diffuses, körniges, staubiges, auch fast schattenartiges Erscheinen. Sodass so wie so ein Widerhall zur Brillanz gleichzeitig die zweite Form von diesem, aus derselben Malerei, aber eine total rückseitige Ansicht von diesem Farbverständnis entsteht im selben Bild. Das hat mich total interessiert. Und dann habe ich angefangen, da so nicht mehr so scharfe Schablonen, sondern so wie Fitzel oder wenn man manchmal so ein Partikel im Auge hat und das blendet dann, das stört das Bild. So Störfitzel und Staubzeugs habe ich da mit reingebracht, so Fehlstellen. Und die haben dazu geführt, dass ich angefangen habe, die Leinwand auch irgendwie noch zu zerschneiden. Ich habe dann zum Beispiel eine zweite Bildgruppe gemacht mit so ganz auseinandergeschnittenen Oberflächen, wo manchmal fünf, sechs, sieben Leinwände übereinander an die Wand genagelt waren. Und da schneidet man sich praktisch so durch. Und habe die dann aber auch zum Teil übermalt und habe Teile von denen auch in der Ausstellung Los Angeles gezeigt. Du hast ja das Stichwort gerade gegeben, Nachdenken über Malerei, Nachdenken über Farbe. Das hast du gesagt kurz. Und da dachte ich, ja, das ist eigentlich eine gute Überschrift über deine Arbeit. Aber was ist jetzt der aktuelle Ast, praktisch das aktuelle Nachdenken über die Farbe? Ja, dass sie eben, also, oder was mich ganz besonders interessiert an meiner Arbeit generell. Und Farbe ist da eben das Medium, was ich benutze, weil es die Größe Wandelbarkeit hat. Also die am wenigsten definiert oder verpflichtet ist einem bestimmten Ort gegenüber, einer Bedeutungsebene oder einer Form von Zeichensprache. Das ist das offenste Material oder, wenn ich mich auf etwas verlassen muss, dann benutze ich das offenste Element sozusagen aus der Malerei. Und was mich aber interessiert ist, wenn dadurch ein Prozess begonnen wird, der eben auf diese 5, 6, 7, 10 verschiedene Töne mit ihren Abwandlungen eben bezogen ist, dann wird in dem Prozess natürlich irgendwas, habe ich ein Vorhaben, wie meinetwegen jetzt diese Doppelgesichtigkeit von sauber und dreckig oder so. Aber innerhalb dieses Prozesses treten dann eben auch Folgen einer Entscheidung auf, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Also angenommen, ich sage mir jetzt, ich möchte jetzt einen Film runterladen im Internet und ich kaufe mir den nicht, was eben Ressourcen spart oder sowas. Dann ist aber die Konsequenz aus all diesen tollen Ideen, dass das Runterladen genauso viel Energie kostet, wie 8 Stunden Autofahren oder so. Also diese Form des prozessualen Seitprodukts sozusagen. Also der Prozess, der bei mir immer eine Rolle spielt, der kreiert eben auch ständig diese Nebenprodukte und für die bin ich aber genauso verantwortlich. Also das interessiert mich auch, dass ich das bin und dass ich das oft erst herausfinden muss, welches die Nebenprodukte sind. Und die kannst du ja auch wieder ausstellen und zum Anlass von neuen Bändern machen. Ja genau, ganz genau. Also diese ist ja eine produktive Rechteverwaltung. Ja, also diese Idee des Prozessualen ist eben nicht so sehr, dass es sowieso in der Arbeit begründet ist, dass man eben sich wegbewegt von der angenommenen Ausgangslage. Sonst illustriert man oder das kann auch eine tolle Arbeit sein, aber mein Vertrag mit mir selber ist, dass ich das nicht mache. Und jetzt versuche ich eben noch genauer zu sehen, was die nicht sichtbaren Teile des Prozesses sind, was ja eben paradox ist. Ich kann ja nicht sehen, was nicht sichtbar ist. Also das interessant Unsichtbare. Ja genau, das ist aber trotzdem mit in die Arbeit so prononciert hinein diskutiert wird. Also praktisch, ich erfinde ja Strukturen, mit denen ich das zeigen kann, was ich vermute. Und ja, das ist das, worum die Arbeit immer wieder kreist. Und das tut die aus unterschiedlichen Perspektiven. Also in der Arbeit im Atelier ist das anders gelagert, als wenn ich rausgehe oder wenn ich für zum Beispiel jetzt bei Louis Vuitton diese Strukturen erfinde, die zwischen der Architektur und meiner Arbeit liegen. Und das ist letztlich auch ein zweites Nebenprodukt aus dem Hamburger Bahnhof, dass diese Strukturen eben verschiedener Beschaffenheit sein müssen, damit sie hier oder da wirken können. Und ich würde jetzt eben, ich habe parallel Materialität oder auch ihre Eignungsspezifik. Also zum Beispiel habe ich in Neuseeland ja ein Haus gebaut, in dem ich malen kann. Das hat in dem Innenhof eine Holzhaut. Nach außen ist es verkleidet mit einem Aluminium, was wetterbeständig ist und so, weil da so viel Salz ist, ganz nah am Meer und so. Salzwasser, Luft und so. Und innen drin ist es aber so Marine-Speiholz. Und da kann ich alles draufnageln und draußen malen und drinnen malen. Also ich habe zwei Teile, in Außen- und Innenstudio. Und ich habe dabei festgestellt, dass das Malen auf diesem Sperrholz besonders interessant ist, weil immer wieder diese Maserung vom Sperrholz wie so Damast oder so durchkommt. Also es gibt so einen Anklang an der Beschreibbarkeit des Materials. Das kriege ich gar nicht weg. Also wenn ich zum Beispiel Bronze übermale, dann kann man das nachher nicht mehr sehen, dass es Bronze ist, weil die Farbe das so transformiert. Aber bei Holz ist das irgendwie doch fast nicht möglich, das so richtig wegzukriegen, weil die Faser... Ja, genau. Faser... Und weil es so eine Geschichte hat, also hat so viele Schichten. Es war mal ein Baum, dann war es mal ein Stückchen ein Blatt, dann wurde dieses Blatt wieder verklebt mit anderen Blättern, wurde es wieder dick, dann wurde es eine Tischplatte und so weiter. Und aus diesen Holztafeln habe ich angefangen auch Bildgründe zu entwickeln, die so aus verschiedenen, so wie Spielkarten, aus so Stapeln bestehen. Und daraus habe ich so Dreiecksstrukturen gemacht, die so wie ganz, ganz, wie so Splitter oder Gegenfasern sind, gegen das Spray, die welche menzlerfarbigen Überlagerungen sich stemmen auch oder sie splittern oder spalten. Es ist ja auch wie so eine partielle Sehstörung. Ja, richtig. Ja, es verschiebt so ein bisschen. Mit diesen Fusseln und diesem Rektor-Denken, sieht man eigentlich scharf und wo ist eigentlich der Fokus? Also das Auge wie so eine Kamera, es switcht erstmal hin und her, wo kann es sich fokussieren? Und dann ist man auch in dem Raum und das ist eigentlich einerseits halluzinatorisch, einerseits ist es wie eine Sehstörung, weil man hat keinen Fokus. Um was geht es da? Ja, und das ist so eine Zwischenablage auch für das Bild gibt, also wie so eine Art Supervordergrund oder Superhintergrund. Und dann gibt es die auch nicht mehr, weil die Farben die gleichen sind sozusagen, also die Werte der Farben die gleichen sind. Und diese starke Emotionalisierung, die einen ja ergreift durch den Raum, durch die Farben, aber auch durch das Allover, das ist halluzinatorisch irgendwie. Und man kommt in so eine Unsicherheit, der gleichzeitig auch gut ist, weil man ist irgendwie zwischeneuphorisiert und irritiert, wo man sagt, oh, da wird mir schwindelig. Und gleichzeitig ist das faszinierend, wie wenn du von dem Hochhaus runterguckst, dann ist du gleichzeitig, oh, Angst und gleichzeitig ist natürlich der Blick irre. Ja, das ist also genau so eine Überlegung, das ist die Anziehungskraft von Furcht, dass man dir sie fast immer wünscht. Die ist ambivalente. Aber man merkt, dass er einen auch stört. Also jedenfalls, dieses Material spielt eine große Rolle auch, so in der Wiederholung derselben Form auch. Das finde ich interessant, also wie so eine Wiederholung, die keinen Ursprung kennt, außer der Ähnlichkeit des Vorhergedachten. Und dann ist es auch verletzt, da sind ja Schnitte drin, da sind Kanten drin. Ja, das Dreieck ist vielleicht sogar selber schon das Ergebnis des Schnitts. Also so eine Scheibe vom Brot abgeschnitten ist ja auch ein Schnitt. Ja, das ist ja doch was Verletztes damit. Es ist ja gar nicht mehr intakt. Es ist ja gar nicht nur so ein Märchenfarbrausch, sondern es ist ja auch Hard Cut. Ja, Cut. Ja, genau, das finde ich gut. Und dann ist es dann auch... Ja, das müssen wir eben aufschreiben.